Es ist auch aber wirklich interessant, wie sich durch dieses Runensystem dann doch die einzelnen Sprüche verändern. Also während wir mit den Fledermäusen davor wirklich so eine Art Bereichszauber hatten, ach du Scheiße. Ich schieße mal hier auf diese speilenden Horrors und hoffe, dass ich mir irgendwie einen Weg bis dahin freischießen kann zu ihnen. Jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. So, habe ich erwischt. Ja, also davor war das eben so ein Nahbereichsspruch und man konnte einfach hier drückt halten. Dann hat man wie mit einer Art Flammburfer so einen Kegel um sich herum gebildet. Und jetzt sind das mehr so eine einzelnen Fledermäuse eben, die weit fliegen, die man, man muss relativ genau zielen in die Richtung, in die man schießen möchte. Also hat sich wirklich komplett verändert. So, wir haben wieder ein Dreiecksschritt gefunden. Er hat zwar sieben Rüstung weniger, aber eine Chance auf einen magischen Gegenstand zu finden. Und ich glaube, das wirkt sich hier auf unseren Templer nicht wirklich aus. Was tun wir denn hier? Von daher lasse ich ihm einfach mal das, was mehr Rüstung bringt. Und von hinten kommen natürlich auch wieder Skelette aus, wenn ihm alt oben raus. Das ist schon cool. Also mir gefällt, dass hier, wie die aufgebaut sind, die Gräber. So, hier also diese Drücken, was wir hier sind, breichern zu laufen. Da unten ist also hier diese Grube letztendlich. Und ja, die ganzen Toten dann drin liegen. Hier unten ist ja da auch wieder, dass in die nächste Ebene runter geht und alles verliebt mit Knochen. Das hat schon was. Bisschen grudelig ist es ja. Neun Hund holen wir uns auf jeden Fall noch. Wobei es jetzt dann doch noch nicht so ist, dass ich mich da irgendwie fürchten würde. Was allerdings gar nicht so abwegig ist, weil ich interessanterweise die übeste Muschi bin beim Zocken. Also mir war Bioshock zu gut und ich muss nicht sagen, ich habe das nicht zocken können. Und ja, ich weiß, ich wurde dafür auch schon regelmäßig ausgelacht. Also macht euch gar nicht erst die Mühe. Aber so ist es halt nun mal. So, da ist schon wieder hier so ein steinendes Viech. Die immer ganz wichtig, die ganz, ganz schnell auszuschalten. Ansonsten haben wir es hier vorne. Das waren ja nur zwei Stück von diesen speilenden Horrors. Also diese, die kotzenden Weiber da. Und vielleicht noch, glaube ich, was waren das noch am Anfang? Zwei, drei Zombies. Und die haben sich dann angefangen, hier wild zu übergeben. Und dann auf einmal sind wir 15 Gegnern oder was gegenüber gestanden. Das war ja wirklich nicht lustig gerade. Wobei halt natürlich der Vorteil bei diesen Zombie-Viechern ist, dass sie halt einfach mal keinen Schaden machen. Die sind halt wirklich lasch. So, hier oben ist auch nichts los. Das ist verdächtig leer hier vor allem in dieser ganzen Krypte. Ah, okay. Die eine und andere gut platzierte Fledermaus macht dafür wieder sehr guten Schaden. Also die brennt ja das dann wirklich mal eben schnell leer hier oben. Man muss immer nur lernen, das einzusetzen. Wie das genau einzusetzen ist, die einzelnen Sprüche. Also ich glaube, da oben ist Ende, oder? Haben wir gerade noch die Wand entdeckt? Genau, sehr gut. Also haben wir nur noch einen Weg über. Direkt hier nach unten. Und da ist bestimmt auch schon bald der Ausgang. Ah, da raucht es raus, oder? Ja, da unten, da fließt der Nebel hier aus den Gräbern raus. Tja. Direkt aufgewacht morgens, die Sargklappe auf, will man sich nur strecken und dann kriegt man irgend so einen scheiß Giftpfeil im Kopf. Der Tod ist zum Kotzen, ne? Das sagst du da unten auch, Madame, oder? Der Tod ist zum Kotzen, ganz genau. Da hast du mir immer das bestätigt, dass ich friss Fledermaus. So komme ich viel besser zu denen durch. So muss ich mir nicht aus dem Müh sein. Das Licht wird stärker. Nein, lauf nicht drauf zu. Du bist stärker. Als das Licht. Ja genau, also anstatt, dass ich mir immer mühsam dann mit meinen Giftpfeilen einen Weg durchschieße zu diesen speilenden Viechern, kann ich direkt eine Fledermaus draufhauen. Die fliegt direkt durch bis zu ihr. Muss ich mir merken, dass ich das in Zukunft weiter so mache. Zumindest in näherer Zukunft, bis ich irgendeine bessere Waffe habe. Und es geht sogar noch in die nächste Ebene. Das Licht hat er also gemeint. Wie immer die Kühlschranktür. Jetzt habe ich die Ledermanschetten aufgesammelt. Das war, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll. Gibt es eigentlich, sagt mir das mal, liebe Zuschauer, gibt es einen Befehl, wie zum Beispiel in Diablo 2 No Pickup. Dies ist kein gültiger Befehl. Mittels Fragezeichen. Moment mal, ganz schnell. Ha! Haha. Achso, doch geht. Ah ja, okay. Tschüss, sterben, folgen, bla, los, Hilfe. Die Geister stehen euch bei. Alles klar. Also hast du nur irgendwelche dämlichen Chatkommentare. Also, wenn das jemand irgendwie weiß, ob es so eine Art No Pickup gibt oder gibt es das eventuell in den Optionen, dann sagt mir das doch mal bitte. So, Lebensbalken, Anzeigen, jawohl, Spielernamen, Zahlen, Zahlenwerte, Schadenszahlen, bla, bla. Gegenstandsnamen, immer Anzeigen. Anzeigen von Gegenständen. Okay. Beim Drücken, Ein-Ausschalten. Ähm, nee. Äh, das ist es aber nicht. Gegenstände automatisch anlegen, Tooltips, Wahlmodus. Aktiviert die Möglichkeit, die Fertigkeiten, Gegenstandsplatzierung, achso, nee. Okay. Also, wenn jemand weiß, ob ich das einstellen kann, dass ich die, ähm, Gegenstände nur aufsammle, indem ich eben alt gedrückt halte und ihre Namen anzeigen lasse. Bitte, erlöst sie von ihrer Qual. Ja. Es müssen natürlich Geiste kommen und schuldig werden, ganz klar. Ja, jedenfalls, wenn er das kennt, so ein Befehl, dann sagt mir das doch bitte, weil ich will hier nicht immer dieses Zeug aufsammeln. Das wäre sehr nützlich. Villarate, okay. wir haben und mal wieder ein bodenloses Loch, natürlich, wie in jeder guten Krypta. Ha, das ist Sparta. Und ich kann dich hören, wie... seid auf der Hut, Geister Lügen. Jungsbund, macht euch bereit, euch meinem Zorn zu stellen. Unsere aufdringliche Tochter sollte uns besser in Ruhe lassen. Ihr werdet für ihre Schwäche zahlen. Welch Torheit uns zu stören. Na ja, das ist sehr widerlich. Endlich sind sie frei. Und jetzt bekommen wir von ihr bestimmt gleich Übelste aufs Maul oder sowas. Dank euch kann meine Familie nun in Frieden ruhen. Frei von dem Fluch, den sie selbst verursachten. Manche Geister verbleiben, um vergangenes Unrecht wieder gut zu machen. Ich habe mich geirrt, was sie betrifft. Ehrlich? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier die einen übelsten Mist gebaut hätten, indem die wirkliche familiäre Arte hier das eigentlich irgendwie noch unter Kontrolle hält vielleicht. Und wir jetzt hier die Wachen sozusagen ausgeschaltet haben und diesem Geist auf den Leim gegangen sind. Aber anscheinend haben wir doch mal wieder das Richtige getan, indem wir einfach alles umgebracht haben, was uns in den Weg gestellt hat. Hallo! Okay. Dann die Blauen mitnehmen. Ein Jägerumhang. Schauen wir mal, was das ist. Bestimmt. Ein, okay, ein Brustschutz. Oder? Nee, Umhang. Umhang? Körper? Achso, ja, natürlich. Ist schon für die Brust zum Ausrüsten. Ich war nur durch die Bezeichnung ein bisschen verwirrt. So, wir haben die Brigantine gefunden wieder. Die bringt, oh, 36 Rüstung plus 7 Vitalität und 5% mehr Gold von Gegnern. Gut, dann werde ich die jetzt ausrüsten. Dann verlieren wir zwar die Chance, magische Gegenstände zu finden. Aber ich werde verbessern das schon. Oh Gott. Verweckt, schnell! Oh! Okay. Möchte das wie gerade die Framerate zusammenkriegt? Alter! So, es geht immer noch weiter hier unten. Da steht noch eine. Jetzt haben wir sie. Jetzt bin ich gespannt. Wie viele waren das? 43! Ha ha! Wow! Alter! Nicht schlecht! Uh! Das war lustig. Nochmal! Ha ha! Ha ha! Dafür habe ich jetzt aber komplett den Faden verloren. Was ich noch irgendwie erzählen wollte. Ich habe keine Ahnung mehr. Was war ich denn? Ach, naja. Ist wurscht. Wir sind fertig hier in der Krypta. Und jetzt trinke ich schnell einen Schluck. So, das heißt wir haben hier jetzt alles fertiggestellt. Oder fertig erkundet. Haben noch ein halbes Inventar. Und hier geht es bestimmt zum nächsten Gebietweiser. Da oben hier in dem Fitzelchen. Das heißt dann müssen wir auch nicht weiter gucken. Also erfüllen wir jetzt endlich mal unser Quest hier. Nachdem wir jetzt ja schon ewig rumgetingelt sind. Sucht nach dem glühenden Schwertbruchstück in der Höhle der Kazra. Wollen wir? Die Kazra müssten ja diese Ziegenmenschen sein. Sieht auch ganz danach aus. Nach so einem primitiven Stamm von irgendwas. Menschenfresser. Auf jeden Fall. Alles voller toter Dorfbewohner und Knochen und Arme oder? Ja und voller Arme und Beine. Navinett. Okay das steht einfach nur wow Aua Das hat mir wirklich Schaden gemacht. Wollte ich nur mal so anmerken. Und das sind auch tatsächlich Fanatiker. Okay Das sind Menschen die Fanatiker. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet und ich fürchte ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe erfuhr ich wenig außer dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Tötet ihn Moment das kann nicht richtig sein Würde ich mal hier journal genau Ich lese es mal schnell vor außer dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Wort Magda wiederholen Nun begebe ich mich nach Hause in Sicherheit wo ich diese Sorgen vergessen kann Also dann war es das vielleicht schon was wir jetzt von Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen Magda wird bald hier sein fast geschafft Vielleicht war es das was wir von Abt Alhazir gehört haben und das übrigens Rurig der Seher Wer bist du dass du das nimmst was mir gehört Ich werde das Schwert seinem Besitzer zurück bringen Dennoch ich beanspruche es Ich bin Magda und ich diesen Zirke Das Bruchstück ist mein Fahr zur Hölle Hexe Dann soll es so sein Lass die Spiele beginnen Tja dann spielt ruhig mal mit mir Ich hab unglaublich Lust Gut gekämpft Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen Es ist dort nieder gegangen wo nur die uralten wandeln dürfen sie ist verschlagener als man es von ihr erwartet Wie kannst du denn überhaupt was von ihr erwarten du kennst sie doch gar nicht Okay wir können das Bruchstück also jetzt zu Kane zurück bringen das ging schneller als erwartet wir erkunden aber natürlich die Höhle vor uns fertig hier schon der Ausgang vorne haben wir noch einen kleinen arm vielleicht finden weiter noch oder ne ich glaube da ist auch Schluss bestimmt da vorne auf jeden Fall wenn wir die Höhle leer haben porten wir uns zurück und übergeben dieses Bruchstück dann Kane und gucken mal was dabei raus kommt und wer diese Magda vor allem ist weil die sah ja nicht unbedingt so aus wie eine normale Hexe ich meine welche Hexe ist denn schon normal aber sie sah halt nicht so unbedingt menschlich aus sondern vielleicht schon ein bisschen ticken Richtung dämonisch also vielleicht haben wir es da schon mit dem mit den ersten Dienern von Diablo zu tun also die auch unter seinem Befehl stehen genau und hier war also auch nichts mehr außer dass hier noch mal ein Torso oder sowas rumliegt ok dann würde ich sagen porten wir uns mal zurück in die Stadt und lassen uns erzählen was hier so passiert ist na Kane komm ran ach wobei wisst ihr was ich mache zuerst natürlich mal wieder wie immer halt zerlegen die ganzen Sachen hier so brauchen wir eigentlich alles mischt die können wir jetzt eigentlich auch kaputt machen oder ja genau wir behalten wirklich die andere der Gegenstand wird dich dieser Aktion unwiderruflich zerstört seid ihr sicher dass ihr das wollt ja wollen ich weiß dass es was besseres ist aber trotzdem und ab in die Truhe immer wieder jetzt verkaufen wir den Rest hier noch schnell ja ja ich weiß ich weiß und dann geben wir jetzt Cain das Schwert pro Stück Das Schwert war in den Händen dunkler Seelen die einer Frau namens Magda gehorchten Onkel Deckard das hört sich an wie die Kultisten von denen du mir erzählt hast sehr gut Lea du hast aufgepasst Fremder hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel aber ich spüre dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand also wenn ihr jetzt meine Meinung hören wollt bin ich mir erst mal ziemlich sicher dass das die gleichen Kultisten sind die ja auch hier den Kormak festgehalten haben das haben wir ja schon gesehen den Templer wollten sie also aufhalten des weiteren habe ich irgendwie so im Urin dass dieses Schwert das wir hier gerade zusammen basteln das ist das Tyrael in den Weltenstein gepfeffert hat und der Typ hier der Fremde ein Engel ist Punkt Theorie steht dann zocken wir in Zukunft weiter und gucken wie es entwickelt hoppla tja Lea wie gefällt dir meine Fledermaus so so mag das worte haben sie verraten das nächste bruchstück des schwertes liegt dort wo nur die urahnen willkommen sind das erinnert mich an den überfluteten tempel in der nähe der schwerenden wälder weißt du noch wie du mir davon erzählt hast Onkel exakt Lea er war einst ein Tempel der Nephale Lea dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein du zu finden die Nephale waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten die Legenden erzählen dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen ja die Nephale auch ganz interessante Geschichte im Diablo Hintergrund die ersten Menschen oder nein nicht die ersten Menschen Quatsch das waren ja hier letztendlich waren das Engel und Dämonen die sich aus diesem Krieg zwischen Gut und Böse zurückgezogen haben und auf eine dritte Ebene gegangen sind nämlich nach Sanctuario also in die Menschenwelt und dort dann unerkannt gelebt haben und entsprechend sich glaube ich unter den Menschen eben weiter existiert haben und dann aber irgendwann entdeckt wurden von den Mächten von Himmel und Hölle und seitdem geht halt auch das Gekloppe auf Sanctuario hier weiter so was ich jetzt allerdings mache ist dass ich mich mit diesen Infofetzen von euch verabschiede und ich hoffe natürlich dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid wenn ich euch wieder zuschwallen möchte mich würde es nämlich sehr sehr freuen und bis dahin macht ihr euch mal eine schöne Zeit und bis denne tschüss